Uiuiui, das ist doch schön. Das erfreut doch das Herzli. Ey, nee. Ey, hier steht ein scheiß Creeper auf meinem Balkon, ne? Ich komm gleich machen, fertig. Ja, kannst du mal vollknicken, Kollege. Warum denn? Der jagt sich in die Luft. Ich bin kompetent, der jagt sich bei mir nicht in die Luft. Oh doch. Das lässt du mal schön sein, der haut mit der Zeit ab. Okay. Ich hab keinen Bock hier. Ich komm mal gucken. Ey, wenn's kaputt geht, repatriierst du die Scheiße, ne? Ach, das geht schon nicht kaputt. Und gleich macht's hier BOOM. Vertrau mir. Ja, tust lieber nicht. Nö, nö, nö. Äh, wo ist dein Creeper? Oben, auf dem Balkon. Ach, oben. Steht eigentlich das Portal noch? Du, wie viele Kisten du hast? Ey, Bro. Ich bin ja versucht. Ja, der jagt sich gleich garantiert in die Luft. Lol. Nein. Voll gegen die Wand geschossen. Lol! Bin ich doof. Okay, dich nicht bewegen. Stopp. Alter Schwede. Okay, der ist tot. Äh, wieso bist du runtergeflogen? Lol, ich stehe hinter dir. Oh. Ich war halt gerade den Bogen spannend, war mit Rechtstieg auf der Tür und hatte die Tür aufgemacht. Was nicht so klug war. Alter, hat der mir jetzt den Schrecken eingejagt? Ich war hinter die Lungenbude in die Luft gejagt. Vor allem, der stand genau für deine scheiß Truhen, ey. Da habe ich ein bisschen Schissi gekriegt, wo extrem viel Holz drin ist. Was ist denn Oakwood? Ist das Dschungelholz? Äh. Das ist von da vorne. Äh, glauben wir, dass ich mein... Ja, ich hab's wieder drin gemacht, für das, für das Warnkomm. Eisen, also für Eisenost. Erde, Leichtstein. Äh. Bälze. Was machst du da? Stein. Ui. Diamanten und bloß nach drei ist sicherlich. Ja, muss mal wieder losgehen. Krimskrams. Oh, da warst du ja... Ja, was war das? War das Leder? Ja, das war Leder. Da ist noch Leder? Oh. Oh, da ist ein Spawn-Sheep hier. Ja, von vorhin noch. Wart mal, da ist noch Laps, Lazuli. Warum sind hier bloß vier Emeralds? Hattest du bloß vier? Wat? Hast du bloß vier Emeralds? Wie viel? Also, es war es Markte? Ja. Okay. Mehr hatte ich nicht. Ah, Nahrung. Ach, mein Lohn. Hab ich auch noch keiner, ey. Du hast dich alles so mit der Zeit ansammelt, ne? Ja. Ich sehe die Tiere von hier gar nicht. Ne. Wie? Ey, wo? Ne, sag nicht, meine Tiere sind schon wieder weg. Äh, dann kriege ich den Kollaps. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, die sieht man einfach nicht von hier. Werde ich jetzt gleich sehen. In meinem Zoom sehe ich es auch nicht, also. Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Was da jetzt auch war, den Zoom. Jo. Optifine. Drei Bücher, ey. Ah, die Tiere sind noch da. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Boah, ich habe erst wieder in Strecken gekriegt, ey. Nicht schon wieder die Tiere weg. Hm. So, wie sieht mein Sugarcane aus? Naja. Da hinten ist noch ein weiterer Sugarcane. Geh mich mal eben schnell holen. Da ist eine Spinne. Alter, wie viel Zucker hier ist? Zucker und Rot. Und verbaut. Ah, jetzt bei. Vielleicht aber jetzt direkt alles mit mir an. Hier an. Zucker. Ja. Ey, das ist die Spinne. Stopp, Spinne. Fangen wir mal hier an. Der wäre 31. Dein ist auch Sugarcane. Achso, da muss ich ihn bauen. Oh, ja. Wenn das alles fertig sein sollte, dann dürfte erstmal Bier. Das dürfte eine ganze Menge Zucker sein. 15 Bücherregale gehen eigentlich. Das war früher ganz schön viel. Bis gar nicht, wie viel man da gebraucht hat. 25, glaube ich. Ich glaube, ich habe jetzt vor, glaube 30 Uhr so, 30 hier angepflanzt. Ja, ich habe auch noch welche gefunden hier weiter hinten. Ja. Die 30 dann plus, äh, die mal drei noch mal nehmen, weil ja drei Hoche jeweils sind. Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was da rauskommt. Oh, hier ist ein Vierhocher. Was? Hier ist ins, dass vier hoch ist. Zeig mal her. Jetzt habe ich es abgebaut. Gucken, vielleicht finde ich ja gerade noch so schnell Zucker malen in der Nähe. Da hinten ist noch was. Oh, noch eine ganze Menge. Ich glaube, ich baue mir auch mal eine Zuckerfarm an. Das ist ja auch nicht schwer, eine Zuckerfarm eigentlich. Ich glaube, ich brauche bloß ein bisschen Platz. Ja. Ne. Nein! Oh, Glück gehabt. Oh, da vorne ist ein Dorf. Mit Kirche. Was warst du schon immer da? Wir hatten hier mal ein Dorf in der Ecke. Hast du da die Typen getötet? Nein, ich habe nichts getötet. Ich weiß nicht, weil du warst da. Ich war auch noch nie hier. Okay, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge als Sugarcane. 41. Da hinten ist noch mehr. Ah, jetzt haben wir jetzt noch das Sugarcane. Dann gehe ich mal kurz ins Dorf. Alter, wie viel ist es? Ich sage mir jetzt noch nicht ein. Ja, wo soll der Dorf sein? Ich bin jetzt Richtung... Richtung 1 gelaufen. In die Wüste. Richtung 1? Ja, also F. Das kleine F1. Äh... Da, okay. Guck mal, wie viele Typen noch sind. Sehe ich da einen? Hallo? Hallo? Nein, hier ist keiner drin. Nope. Ey, das ist verlassen. Okay. Oder? Ist auch keiner drin. Kannst ja weiss ich spawnen mal. Ist auch keiner drin. In der Kirche vielleicht? Du hast bestimmt alle getötet, Hund. Nee. Doch. Nee, ich töte keinen Dorfbewohner wie du. Ich war noch nie in dem Dorf drin. Das hätte mich ja dran erinnert, an das Ding. Ich habe echt keinen Dorfbewohner getötet. Hier ist auch schon Weizen abgebaut. Ah, hier sind Bücherregale. Kannst ja mitnehmen. Kriegst bloß drei Bücher raus. Na, immerhin. Na, brauchst nur noch Holz, dann hast du halt ja. Und Leder. Wenn du Bücher kriegst, dann brauchst du kein Leder. Ach ja. Stimmt. Ja, okay. Ich bin falsch, ausgerechnet. Aber das sind echt keine Dorfbewohner. Ich merke das schon. Kein einziger. Ich merke das schon. Irgendwie tote Ose hier. Ich werde ein bisschen Holz abbauen, glaube ich. Scheiße. Also, ich weiß, dass ich damals hier das Weizen mitgenommen habe. Hm. Na, ich weiß nicht. Die Zombies greifen meine Dorfbewohner an jetzt vielleicht. Deswegen. Ach, guck mal. Hier ist noch mehr. Komm, nimm alles mit. Ich glaube, nimm mal erstmal anpflanzen. So viel wie wir hier finden. Ja, komm. Ich nimm jetzt einfach mal mit. Weil du lässt welche spawnen. Ja, wir sehen, ich will was machen. Äh. Game Mode? Na, ich meine, ob wir was machen sollen. Weil es ist ja schon ein bisschen cheat. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich welche getötet hätte. Ja, oder die spawnen genauso wie die Tiere. Ich weiß es nicht. Wie meins halt, wie die Tiere. Ja, unsere Tiere sind auch alle weg gewesen. Ach so. Ja, dann wäre natürlich nur fair, wenn wir welche spawnen würden. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wahr. Vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, draufgegangen. Dem hast du jetzt auch jetzt mit hier. So, können wir machen. Ja, kann man nächstes Mal welches spawnen. Brauch aus einem oder so, keine Ahnung. Wieso, ich stehe gerade hier und mach du das mal da fertig. Ich mach das mal eben kurz. Erschaffe Dorfbewohner. Pilz brauche ich nicht. Ich werde mal kurz ein Mal Crafting Table machen. Zack. Da haben wir einen. Machen wir hier mal einen. Da ein hin. 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 Ich weiß jetzt nicht, wie viel dieses Dorf braucht. Keine Ahnung. So. Da noch ein. Da noch ein. So, das soll ich glaube ich für dieses Dorf hier reichen. Jo. Auf dem Holz hier, ey. Wahnsinn. Oh, so, zack. Da. Für den Eisenbeinschutz brauche ich dich 8 Smaragde. Wucher. Für 4 Redstone 1 Smaragd. Für 12 Bücher 1 Smaragd. Ah, nee. 12 Bücher 1 Smaragd. So. Okay, genial. Oh ja, was haben wir hier? 11 Smaragd für eine Diamanten-Axt. Achso, der gibt dir, der gibt dir Diamanten-Smaragd, wa? Der gibt dir eine Smaragd, genau. Links ist das, was du brauchst. Und rechts ist das, was du rauskriegst. Ah, der gibt mir die Diamanten-Axt. Für 11 Smaragd. Diamanten-Spitzhacke. 11 Smaragde. Eisenbeinschutz. Cool. 13 Bücher 1 Smaragd. Ich glaube, du musst was kaufen, damit die ihr Angebot ändern. Ja. Hier, äh, Erfahrungsfläschchen. 1 Smaragd. Sehr gut. Der hier war. Das sind die Priester, also da. Ja.